Hallihallo Leute, ja jetzt kurz mal am Sonntag, am Ostersonntag, eine kurze Stellungnahme von mir zu dem Thema wegen Lichtle. Ich muss euch wirklich sagen, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber ich weiß es selber nicht. Also ich habe ihn gefragt und er sagt auch, ja er will ja nicht wirklich mit der Sprache rausrücken. Also für einen Osterstreich oder für einen April-Scherz ist es ein bisschen zu spät. Kein Plan, also wirklich absolut nicht. Mir wollt ihr das auch nicht sagen, ich glaube nicht, dass es mit, also weil ich jetzt gerade die Anfrage bekommen habe, naja, oder hat irgendeiner geschrieben, ja ist eventuell wegen Copyright oder sowas, glaube ich nicht. Weil er sich da doch schon ein bisschen mit beschäftigt hatte und er eben selber auch gemerkt hatte, oh ja, hier gab es ein Copyright-Problem bei irgendwas anderem, aber das Ding ist schon längst durch. Ich glaube also nicht, dass das das Problem ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nichts vorstellen. Ja, und dann wisst ihr wenigstens mal, was los ist, weil ich habe dazu jetzt irgendwie schon die 50. Mail bekommen, von wegen, oh was ist mit Lichtle, was ist mit Lichtle. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Von mir kommt, ja irgendwie die nächsten paar Tage auch nochmal ein Video. Also dann der letzte Teil von Mauern und Bogencheck da, Teil 5. Und ich glaube, das war es schon. Wenn ich dazu komme, haue ich Donnerstag, also beziehungsweise ab Donnerstag wieder was raus, weil ich Donnerstag eben wieder in Hamburg bin. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.